Adobe hat auf ihrer jährlichen Kreativmesse der Adobe Max wieder die neuen Versionen ihrer Creative Cloud Programme für 2021 vorgestellt. Welche neuen Sachen es in Premiere Pro Version 14.5 ab sofort gibt, erkläre ich dir ausführlich in diesem Video. Auf meinem YouTube Kanal findest du auch ausführliche Grundkurse zu allen Adobe Programmen und auch Videos zu den neuen Funktionen von After Effects, Photoshop, Illustrator und Co. Über das Teilen und Bewerten des Videos freue ich mich auch immer sehr. Premiere Pro unterstützt jetzt Farbmanagement für ARRI, ProRes und kann mit eingebetteten LUTs den Workflow im Programm optimieren. Bei HDR Produktion können jetzt auch Rack 709 LUTs ausgeschaltet und durch HLG LUTs ersetzt werden. Mehr dazu gab es schon im letzten Update, wo ich auch schon ein Video gemacht habe, Link in der Beschreibung. Außerdem unterstützt Adobe Premiere Premiere Pro jetzt auch den im HDR Workflow enthaltenen Rack 2100 PQ Farbarbeitsraum. Auch das Importieren von ProRes RAW Dateien unter Windows ist für Intel und AMD GPUs jetzt verfügbar. Schließlich können diese ProRes RAW Dateien dann auch im Log Farbraum konvertiert werden. Premiere Pro unterstützt auch den neuesten AMD und Nvidia GPUs, was für schnellere Wiedergaben und Renderprozesse bei H264 und HEVC Formaten führen sollte. Auch Audio Effekte sollten durch die verschnellerten Audio Pre-Rolls in Premiere Pro jetzt flüssiger abspielbar sein. Das ist insbesondere vorteilhaft bei sehr großen Projekten. Jetzt weißt du, was es alles Neues bei Premiere Pro 2021 gibt. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du dir die Creative Cloud sichern und mit den neuen Funktionen direkt durchstarten. Wenn du auch wissen willst, was es Neues in Photoshop, Lightroom, After Effects und Co. gibt, dann schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Dieses Video gibt es auch nochmal als Artikel auf simontutorial.de slash Premiere Pro 2021 und über das Bewerten und Teilen des Videos freue ich mich auch immer sehr. Falls du noch Fragen oder Feedback haben solltest, kannst du dieses gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.